So, hallo und herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Folge Let's Play Battlefield Play for Free. Diesmal wieder mit mir, dem Maddy und dem Dark Knight, also dem Felix. Diesmal auch der Dark Pilzi, also Dark Pilzi als Engineer. Mit der Waffe, weiß ich nicht, muss ich euch sagen, gerne wieder auf. Welche Waffe hast du denn jetzt drauf? Achso, die MP5. Abspringen! Überstützpunkt! Abspringen! Oh Gott, verdammt! Ich hab nur noch 22 AP von der Seine bracht. Flick edig! Über! Wo bist du? Njau! Ich bin bald! Ja, ich spiel Soldier, hab mir vorhin die Abakann geschaut. Das hat mir dann eigentlich immer so überlegt. Komm, komm, spiel doch mal. Das ist eh nicht hier. Felix, wo bist du? Ich bin tot. Achso, ok, lass dich mal Base spawnen. Base! Soll es? Ja, Moment, was hier zieht du? So, wo ist Base? Ich bin der Heli. Läu! Was ist denn da? Ich bin grad schnappgum, ich war schon in der Luft. Da kommt grad ein. Aua! Ja! Ja! Na ja! Döno fliegen zu A! 2-3, 2-3! Gut so! Dann lösen! Hier ist der Superman! Juuu! Äh, ich denke zu bescheiden wenn wir abspringen. Okay. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Ich war grad ein bisschen auf die Menüme fixiert und vielleicht. Ja, da ist das. Ah egal, ich schlaufe sehr sehr langsam hoch genug. Aber in Richtung. Ah verdammt. Ja, ok. Dort noch ein bisschen. Ja, passiert mir jedes Mal. Ich konzentriere mich nicht viel zu oft als die Menüme. Wegen abspringen und so. Aber dort noch ein bisschen. Ich weiß, ich seh überhaupt nichts mehr, außer die Sonne und bis zum... Aber egal, deswegen fliegen wir erst. Ja, die Sonne! Ähm, Astung, Jens. Ich dachte Bescheid, wenn Leert was tut. Nein! Jetzt! Oh Gott! Hallo! Ich Messer, ich! BAM! Leuchte, der haut einfach ab. Wir liegen grad irgendwie ein. Blickst du immer noch? Ja. Ah! Das ist der mittel auf dem Feld neben den Schlag. So, Flanzie. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Boah! Lass dich raten, du hast so früh den Fallschirm gezogen, oder? Ja, du musst kurz bevor du über den Boden gehst. Ich glaube, bei mir war das ein bisschen schrecklich. Läder. Tick-tick-tick-la! Ähm... Wuh! Wuh! So, gut, jetzt so. Lott! Jetzt muss ich laufen, so'n Scheiß. Oh man! So? Ja. Von Granaten. Lass dich... Ey! Hier steht ein Heli. Aber bei C-Spawns ist halt ganz gut. Die fliegen nicht unser Heli, sowieso. Nein. Versuch ihn grad ein bisschen gerade zu schieben, und... Au, 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 au! Wette, kannst du reparieren, weil... Äh, ja. Wirkser! Nein, sie ist tot. Genau. Sieh mal, Fade! Verdammt! Okay, Fade. Heddy-Action. Heddy-Action. Oh! Jet, 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 jet! Jet-Action! Heddy-Action! 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 Hallo! Kann man halt hier gar nicht... Egal, ähm... Wir sagen wir nie mehr... Erst wenn wir kurz vor A sind. Also direkt kurz vor A. Dann ab. Wie ich sagte erst... Na ja, das ist hier noch was möglich. Aber eigentlich könnte ich ja noch schnell auf Toilette gehen, oder? Ja. Fehl! Na ja, jetzt gerade Ich sehe den Boden runter, das ist jetzt nicht zu Egal, ich fliege jetzt nicht zu Ich bin mir auch von da vorne zu vorne zu So, bereit machen, ich sage deinem Bescheid Mal noch ein Stückchen Achso, da ist noch ein bisschen 3, 2, 1, jetzt Freefall! Oh Gott So Ich muss jetzt mit meinem ersten Mess eingehen Fuck! Ich habe schon den ersten gemessert und Gut Verdammt! Der hat nur Rache in der Weg Oh fuck Ich habe einen gemessert, das war's mir wert Oh shit Das Skar. Voller wholly Littlenker Karne Beteutel Ta… Wir müssen shrank Catalunya von der neuer Rüstung ähm Einsatz EU Basis Ja, ich sag schon die ganze Punkte Ich weiß nicht, siehst du den Fallschirm eigentlich immer so cool? Erst wenn du genau über dem Boden bist oder so ein bisschen darüber so Headshot, 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 Headshot Also ich bin außer dem mit der Aberkante Ich glaub, das hab ich schon gesagt Bäm Alter, du siehst so scheiße aus Das hilft mir aus wie mein Vater Mein Vater nur ein bisschen besser Kriegst du den Kampf gegen? Ne, du fliegst gerade mit Ja Ja Und noch mal am Rückkehr Wenn wir bei A sind Wer als erstes ist unten Wer als erstes unten ist, oder? Nein, vielleicht Oder Kito Kito oder so Ne, lass mal Nein Ja, nein Ja, nein Ja, nein Ja, nein Nein Ja, nein Heli Absprung, Hexen Hexen Hexen, hallo Heli Absprung, Hexen Auf Oh man Teil 1 Gibt vielleicht noch nur so Krone Ja, ich hab' Ja, wir brauchen 1000 Punkte Wie viele Punkte hast du? Ja, 16,19 Der Server ist voll, das ist ein bisschen komisch Von Warn her Wie Ach, 12, 13, also ja genau So, ähm Bereit machen Drei Zwei 2, 1, jetzt. Wuuuuh, die Ruhr-Wieber! Ich fahr rechts fertig. Ey, Panzer! 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 Unser oder Gegnerischer? Ey, wir nehmen gerade ein. Läuft! Läuft! Warte! Warte! Oh, Mann! Ich hab doch grad C4 rangelegt! So ein Idiot! Warum mach ich so die anderen C4 so? Scheiße! Damn! Freut mich für dich! C4 ist nicht alle Tage, oder? Doch, okay. Verdammt! Ich dachte, er wäre einer aus meinem Team gewesen, weil es 100 Punkt war. Oh, scheiße. Gut, Leute, das war's mit der ersten Runde auf Oman. Und wir sehen uns in der Zeitung, oder? Bis Glück!